Liebe Leute, hallo und herzlich willkommen bei einem neuen React auf Pizmeet TV. Heute mit Jay und Bram und mir. Und wir geben uns When Everything Goes Wrong. Und es ist ungelogen, das könnte aktuell unsere Aufnahmewoche sein, denn alles funktioniert nicht. Es ist schrecklich. Aber wir haben schon Mittwoch. Deswegen hoffe ich, dass diese Fame-Compilation uns ein bisschen... Wir haben ja schon Mittwoch. ...ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann. Sonst rastet ich hier um den Kopf aus. Der wird doch jetzt bestimmt hinfallen, oder? Ja, aber der zieht gerade sein T-Shirt aus, der andere trinkt gerade. Gucken wir mal. Oh, aua. Aua, aua, aua. Der fällt ja komplett da runter. Was haben wir schon mal? Also nicht das Video. Nein, nein, nicht das Video, aber ich glaube den Clip... Äh. Habt ihr den Clip gesehen von dem NDR-Typen, der in diesem Interview die Spinne ist? Ne. Nein. Da steht einfach so ein... Vielleicht kommt das noch. Aber der steht einfach da, macht wie so ein Reporter und ist mit so einem Mikro am Labern und an dem an der Brille seilt sich so eine ganz kleine Spinne ab und irgendwann ist die einfach so weg. Das hat mich daran gerade erinnert. Alter. Ja, moin. Gas statt Bremse. Sehr gut. Oh, oh. No one was harmed, wenn das... Boah, Alter. Das sieht eigentlich aus, als hätte der das gewollt. Oh, oh, oh no. Oh, oh. Oh, sie rutscht doch net ins Wasser. In irgendeinem Video haben wir sogar schon gesehen, wenn Hunde anfangen zu rutschen, du hast nur zwei Beine, da musst du aufpassen, das sieht nach Spaß aus. Ja, das sieht nach Spaß aus. Das sieht gleich nach Frott aus. Alter, Kinder. Vor allen Dingen, warum hat der denn nicht gebremst? Wahrscheinlich konnte er halt nicht mehr. Ja, aber du musst ja zumindest auch mal ein bisschen bremsen. Vielleicht hatte der ja auch keine Bremsscheiben mehr, weil es da kein TÜV gibt in dem Land. Komm schon. Jetzt kommt der Dreck wieder. Es muss so ein Warlord-Country gewesen sein. Es ist einfach ein Shithole-Country. Oh Gott, er meint das, ne? Oder wenn ich fühle, dass ich Angst bin, dann kann ich das einfach machen. Oh nein. Was? Ja, wieder. Vollgas. Jawohl. Boah. Boah, die Dremden mitgenommen. Das war eine 10 vor 10 in der B-Node, ey. Das wird teuer. Okay, da würde ich sagen, da kannst du dir nichts für. Du machst da ein Tor auf und es knackt einfach. zusammen. Der Tor hat auch keinen TÜV mehr. Shit, oh Gott. Ja, das sieht aus wie Hida, was weiß ich. Das hat keiner gesagt. Ja. Oh, Tachau im Sack. Oh! Boah, wieso ballern die denn da auch so? Oh, nice. Oh, da würde ich auch unbedingt mal hin. Ja, okay, beim Ausholen geht das noch. Also, ich glaube mal so, selbst dieser Ausholstupser, der zieht dir schon die Luft aus, der Lungen. Ja, wenn du damit nicht rechnest, auf jeden Fall. Aber den machst du ja langsam zum Glück. Okay, was passiert hier? Ausrutschen? Ja, der legt sich hin. Ah, not bad. Oh, not bad. Da kommt der Hund jetzt durch das Fenster. Ja. Alter, gute Prediction. Ja, ich glaube, das darf ich schon mal gesehen. Wie legst du dich auf die Schnauze? Warte mal, was ist... Achso, das ist einfach ein Roller. Ja, Bein gebrochen, ne? Oder Achillessehnen oder sowas. Und rüber. Achso, da sitzt gar keiner drin. Da sitzt gar keiner drin. Natürlich nicht. Das ist shit for country auch. Natürlich. Alter. Boah, ist das Russland gewesen? Excuse me. Ja, der klingt da aus wie Russland. Oh, nein. Das ist ein arme Tier. Excuse me. Boah. Das kannst du nicht prädikten. Expressly for. Was willst du auch machen? Du stehst beim Kampf und auf einmal kommt ein Auto durch die Wand. Boah, so shit. Und jetzt stell dir vor, die hätten auf der anderen Seite vom Raum die Übung gemacht. Ja, oder Zuschauer da gesessen. Ja, oder Zuschauer da gesessen. Oh, das sieht lecker aus. Das ist bestimmt cool. Ui. Wieso ist der Laufen? Oh, nein. Was ist da drin gewesen? Ne, was war da drin? Das liegt doch da unten. Ich weiß das auch nicht. Aber es ist auf jeden Fall Schleiße. Aber es ist windig. Ui. Boah. Hä? Da kommt Harry von oben. Oder so was. Ja, die Dacharbeiten wieder. Oh. Okay. Das ist nicht gut. Ja, ja. Die machen Peng. Alles gut. Oh, oh. Das sieht dann nicht so. Oh, das kann wirklich nicht gefährlich sein. Das sieht ganz schön aus. Aber die wissen, ich glaube, damit haben die gerechnet. Ich glaube, damit haben die gerechnet. Ich glaube, damit haben die gerechnet. Ja. So vorsichtig wie die waren auch so bei der Bewegung, dachte ich mir auch so, die wussten, was gleich passieren würde. So Garagenturen sind ja immer extrem gefährlich, weil da ist ja so eine Riesensprungfehler dran. Und wenn ihr da nicht aufpasst, uff. Also, der versucht jetzt einen Sessel zu fangen aus dem ersten Stock. Natürlich. Das ist zu zweit. Gar kein Problem. Ist ich das richtig? Das kann doch nicht so schwer sein. Da ist auch ein Seil dran. Nicht der in Scheißernst. Da war ein Seil dran. Da waren zu zwei. Da waren zwei Leute. Alter, das ist ja... Ja, aber das ist ja trotzdem so wachsen. Oh nein. Das fett will jetzt nicht mehr, oder? Das fett will jetzt nicht mehr. Aber gut. Da, wenn Hunde schon rutschen. Hä? Hä? Alter, warum? Warum? Rutsche aus. Oh nein. Also, es ist ja fast. Hey, oh mein Gott. Wie fail ist das? Alter, das Schwein macht den Bär kaputt. Schwein gegen Bär. Na gut, weil das Schwein... Jawohl. Kommt nicht. Boah, Alter. Aber da sieht man, so ein Schwarzbär muss ja agressiv sein. Das hilft. Oh nice. Besser als das auch. Mein Vater hat... Die Mütze. Der Mensch. Das Boot. Das Wasser. Der Himmel. Der hat die Mütze weggehauen. Du hast eine Frage gestellt. Alter, ich habe geantwortet. Du bist bereit. Was war das? Das war ein Fail, oder? Alter. Okay, jetzt hat sich der Rücken noch... Oh! Okay. Oh! Okay. Dude, come on, man! That's not... That's not tree guy! Beep, beep, beep! Was George Kittel alles in seiner Freizeit so macht. Der sah aus wie der Tiger King, ey. Hä? Oh nein, da ist irgendwas... Achso, der klaut was. Achso. Der ist aber dumm, dass er natürlich... What? Da hat einer aber richtig heftig den Reifen verloren. Und der Klingel. Nice. Oh oh. Und, ne? Ja, und gleich machst du... Sieben Jahre Pech. Ja, einfach weiterfahren. Du musst halt einfach weiterfahren. Ja, aber er siedelt ja auch noch nicht. Nur bei Groth, das wird nicht so gut für dich enden. Wie viel von der Terrasse nimmt der wohl noch mit? Den Stuhl, den oberen. Ja. Die Mütze. Die Mütze. Gras, hilft das... Oh mein Gott. Okay. Das ist, ähm... Freizeitpark. Centerpark ist das halt. Oh, das ist ja nicht. Wie der die Reifen verliert. Geil. Wow. Das ist so ein Arschloch-Lama. Pucker-whatever. Boah. Du warst einfach dritt, ey. Alter, ich find's geil, wie er direkt die... Moment, 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 Moment. Wie er direkt die Reaktion hat, so hinterher zu gehen und auch rausholt. Boah. 5, 76, 30 Sekunden. That's why I'm giving you a show. Ja. Ja. Can I get from here? Das ist doch nass. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Mein Gott. Oh nein. Oh mein Gott. Das ist ein Trauma. Ja. Oh. Das sieht groß aus, das Ding. Das ist so schlimm. Das sieht vor allem auch ganz schön wellig aus. Hey, uh, it was something traumatic happened that changed my life, Chad. What's to do? Was ist das? Das ist ein kleines Strom. Au. Hä, wie groß? Erstmal, A, wie klein ist das Haus? Oder B, wie fucking groß ist diese Frau gewesen? Ich glaub, der hängt einfach nur sehr niedrig. Ja, aber hä? Du, du, die läuft da ganz drüber rum. Die springt ja nicht mal. Das ist das, das stößt, den dauert da in den Kopf. S-Tisch. Ja genau, vielleicht ist da der S-Tisch und das hängt sehr tief. Ah, fair enough. Oh oh. Boah, der hat aber Speed drauf. Oh, nee, doch nicht. Lol. Nein, der klaut jetzt. Okay, nice Reaktion. Da scheint das schon mal vorgekommen zu sein. Was? Ich weiß nicht, ob ich so reagiert hätte. Yes! Das war nice. Wollt ihr jetzt das Outmode? Habe ich das richtig? Die beiden Dudes wollten das Auto-Klauer fallen. Die beiden Dudes hatten eine Waffe in der Hand. Genau. Bei dem ersten, den aussteigt, der hat eine Waffe in der Hand. Das siehst du. Und die hat einfach gesagt, nö, ich setze mich ins Auto und fahre weg. Ja, das ist ja gut gemacht. Das war eine 1A-Reaktion. Also Fail war da überhaupt nicht. Eau! Eau! Gott, der ist so stark! Erstmal die Tiere schlagen danach. Auch Beste. Oh, nein! Ja, schlagen wir einfach. Oh! Tö, tö. Ja, gut, ne? Und jetzt kommt auf der Straße einer von links oder rechts nach vorne. Oh Gott. Oder so. Nein! Auf weg! Ohne Scheiß, das passiert bei mir auch immer so. Aber so stark ist der bei mir nicht. Das sagt er dann nü. Ich hatte auch schon, er hat mir auch schon das Internetkabel gezogen und allen Scheiß. Ey, die dumme Sau. Die dumme Sau. Der wollte sich wahrscheinlich nur mit dem Krebs vorstellen. Geiler Wurf. Das ist Thailand. Nein! Das ist ja so breit hinten. Ja! Oh, f**k. Oh, f**k. Wieso überhaupt ist der so schnell? Der hat rollen lassen. Guck mal, da steht auf dem roten Container, steht Fail Army. Das ist ja nice. Oh Gott. Ich weiß es nicht, Bram. Ich besser. Oh Gott. Jo, das war mal eben so ganz entspannt. Danke. Entschuldigung. Tut mir leid. Na, kurz die Scherben aufsammeln. Ich hab's weiterfahren. Oh, 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 oh. Jetzt schon, jetzt schon. Oh, 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 oh. Alter, das sind so viele Schmerzen auf einmal. Okay, zumindest nicht am Start hingefallen. Das sind Kinder, oder? Nee, das ist jung. Das sind einfach kleine Menschen, Jay. Okay, so ein Unfall passiert ja mal so. Warte mal. Wir haben die Schutzkleidung an. Oh nein. Und den Berg runter. Wie lange die braucht, um es zu realisieren. Die hilft gar nicht. Ja, das scheint viel häufiger zu passieren. Erfasst. Das ist jetzt maximal scheiße. Hallo, bariboyum. Hey, jetzt nix für mich. Hallo. Ich glaube, das tut auch weh, oder? Ja. Ist das PewDiePie? Ja. Ich hab ernsthaft gedacht, er holt erst mal die Decke runter, bei dem Shit, der entgegengekommen ist. Ich dachte, oh ne Scheiße, das Wasser schießt durch die Decke in den Api-Dingern und reißt die Decke aus. Weil Lörnutrit inzwischen... Weil der Eierlikör, der ist auf, würde ich sagen. Zum Ophold war wieder machen. Ja, Autsch. Autsch. Nicht so viel Autsch, aber ein bisschen Autsch. Oh, Elefanten sind super. Vor allem der Arme angekettete. Würde ich da drauf machen. Autsch. Oh! Oh, dieser Muck. Das ist... Im Leben so häufig von Vorteil klein zu sein. Das ist... Es hat keinen Vorteil groß zu sein, finde ich. Außer, dass andere Leute... Andere Leute sagen, du kannst mir das da von da oben geben. Aber andere Leute finden das ja auch manchmal attraktiv, aber... Ja, okay. Aber so ansonsten... Nein! Weil das Stehen haben wir ganz gut hinbekommen. Ja, gut. Wann ist denn da passiert? Hat er die Hose weggerissen oder was? Okay, sieht solide aus. Oh, oh, Gott, Alter. Oh, oh, nicht mit den Haaren in den Mixer. Sie wollen, Sie wollen, Sie wollen. Das habe ich schon mal gesehen, tatsächlich. Wie kriegst du das wieder da raus? Nein, nein, nein. Hallo. Oh, das wird hoffentlich kein Genick, Zwirbler. Oh, Zwirbel. Oh, Gott. Oh, Gott, Alter. Alles super. Komm, hier. Bam! Ich habe es schon gezuckt, weil ich dachte, der Ball geht jetzt wieder in unsere Richtung. Ich habe es schon so gesehen. Ich habe schon viel gezuckt, ey. Oh, das war... Das tut mir ein bisschen leid, aber... Das tut mir auch, das muss richtig weh getan haben. Aber wie er umgefallen ist, auch so theatral. Ich so, nooo. Oh, das tat bestimmt weh, ey. Oh, dann ist, das ist, das ist, das ist Peter. Hat es schon direkt reingeschickt. Und in Bahamas. Das stimmt, das ist Peter. Oh, das ist Peter. Oh, das ist Peter, das ist Peter, ne. Oh, jetzt ist er auch schon reingefressen. Ja. Genau, direkt reingefressen. Ja, es gibt ja diese, diese Fiction-Videos. Ja, besser als ich. Ja. Oh, fast die Ecke. Alter. Nice. Warum alles ist ein Boot, oder was ist das? Das sieht nice aus. Ich weiß nicht, ob das so nice ist für ihn noch. Alter, er hat voll losgelassen. Hey, Luca, 3. Wird jetzt sofort ins Gesicht. Gegen die Kamera. Nein. Okay, alles gut. Ich find's immer geil, wenn so von hinten rechts sich dann einer kaputt hat. Aua, aua, aua. In die Eier. Ja, in die Eier. Nee, er hat Protektoren an. Helm und Protektoren an. Oh, ein Puma. Oh, das sind Otten. Oh Gott. Marder oder Wiese oder sowas. Kevin, allein zu Hause. Okay, easy. Auch easy. Er hat keine Protektoren an. Kein Mitleid. Hey, warum macht der so Scheiß? Ja, das ist lustig. Das find ich witzig. Das sieht gefakt aus. Leute, das ist Irmantrout. Ach nee, doch nicht. Oh. F***, Marder. Oh Gott. Oh nein, oh nein. Oh nein. Oh. Ah. Oh. Immerhin ins Wasser. Oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. So, I put some beers on. Okay, Bräunungscreme gone wrong, oder was? So, I put more tan on my face. Cause I cried it all off. And this is the outcome. Klingt noch lustig. Oh Gott, ja. Alter. Wer hat uns denn heute Compilation von den Chicago Bears 12 Minuten ansehen können? Wer hat auch fail, Arby. Everything goes wrong. Alter. Boah, das war... Alter. Ich fand das schön, muss ich ganz ehrlich sagen. Da waren echt ein paar schöne bei, aber da waren auch welche bei, wo ich echt mitgefühlt hab, ey. Ja, so leid ja auch. War eine schöne Everything goes wrong Fake Compilation. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis morgen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.